Du hast auch noch ein Buch geschrieben. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, also das kommt am 15. Oktober raus. Ich wollte es eigentlich meinen Kampf nennen, aber ich habe gegoogelt, ist leider schon weg, ist schon vergeben der Titel. Ich weiß nicht, vielleicht schreibst du ein Buch und hast du genannt, also der Titel war schon weg. Von Mauerblümchen zur Dschungelqueen heißt es jetzt. Ja. Worum geht es da in dem Buch? Ja, so um mein spektakuläres Leben mit 26, ich habe mir schon unwahrscheinlich viel zu erzählen. Ja, so die kleinen, noch die kleinen Geheimnisse. Wer weiß, vielleicht kriegst du sogar noch mal irgendwann den Literatur-Nobelpreis, man preist es nicht. Ich wünsche euch jedenfalls viel Glück am Samstag und haut ordentlich zu. Auf jeden Fall. Ich will mal was sehen. So.